Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es mal zur Sache und zwar schauen wir uns heute mal das ganze bleihaltige Löten und verbleite Löten an, weil ich habe ja beim letzten Lötlern-Video auf den Kommentaren gekriegt von wegen, ja, bleifrei, voll der Scheiß und so weiter und so fort. Tausend Meinungen dazu und jetzt gucken wir uns das heute mal ganz genau an. Wenn ihr das Video fertig geschaut habt, kennt ihr euch definitiv aus. Wir schauen uns erst mal an, was ist überhaupt verbleites Löten, warum hat man verbleit gelötet, warum lötet man heutzutage bleifrei und da gehen wir mal richtig geil in die Tiefe rein und dann schauen wir uns heute mal Zustandsdiagramme an, so Phasendiagramme und so Zeug, weil ich das früher mal gelernt habe und dann gebe ich das Wissen euch einfach weiter. Wir beginnen jetzt erst mal mit Blei selber. Ich habe uns hier ein bisschen Blei mitgebracht, habe ich noch zufällig rumliegen, und das sind Luftgewehrkugeln. Die sind aus reinem Blei, weil die sind noch aus einer Zeit, wo ich früher Luftgewehr geschossen habe und da durfte man die noch aus reinem Blei nehmen. Mittlerweile, die Jäger, die haben ja schon andere Materialien, weil natürlich auch in der Natur das Blei, das rumliegt, nicht gerade so der Hit ist. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an. Ich lege jetzt einfach mal so eine Bleikugel vom Luftgewehr hier auf den Lötkolben drauf, wenn sie liegen bleibt, und dann schalten wir mal ein und schauen, wann denn diese Kugel überhaupt schmilzt. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ich habe jetzt hier einen Bleiklumpen drauf, der ist jetzt gerade ausgehärtet. Ich habe hier jetzt 100 irgendwas Grad, und jetzt schmelzt man den Bleiklumpen hier mal auf. Der Lötkolben steht auf 400 Grad, und wir sind hier bei ungefähr, ja, so 320 bis 330 Grad. Kann man erkennen, auf dem Thermometer, da ist das ungefähr, ja, in dem Drehraum ist es flüssig. Jetzt ist es schon wieder hart, und jetzt wird es schon wieder gleich flüssig. Also so um die 320, 330 Grad rum. Jetzt ist es schon wieder hart, ausgehärtet bei 310 Grad. So um den Bereich herum schmilzt unser Blei. Und jetzt habe ich hier eine kleine Stange bleifreies Lötzinn, also reines Zinn mit vielleicht ein bisschen was anderes dabei. Und da schneiden wir jetzt einfach mal ein kleines Stück ab und schmelzen das Ganze auch auf und schauen mal, wann das schmilzt. Pack also diesen Zinn-Chip mal hier drauf, und dann schmelzen wir das Ganze mal auf und gucken mal, wann das Ganze jetzt hier anfängt zu schmelzen. So, das ging jetzt total flott, wie man es schon mal erkennen kann. Das ist auch immer noch flüssig, 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 flüssig. Immer noch flüssig. Ja, jetzt bleibt es bei 226 Grad stehen, und man sieht es härtet aus. 225 Grad, ja, 225 Grad. Jetzt ist es vollständig ausgehärtet. Man kann jetzt im Übrigen wirklich sehen, die Temperatur bleibt stehen, bis komplett ausgehärtet ist. Und erst dann geht die Temperatur wieder nach unten. Also wir haben so circa 220 Grad. Würde ich jetzt mal sagen, Schmelztemperatur von reinem Zinn, 224 Grad, da bleibt das Ganze gerade stehen, bis ausgehärtet ist. Jetzt haben wir hier zwei Temperaturen ermittelt. Einmal die Schmelztemperatur von Blei, offiziell bei 327 Grad, und einmal die Schmelztemperatur von reinem Zinn, offiziell bei 232 Grad. Jetzt, ja, man alle rum, man soll verbleitlöten, weil das so viel cooler ist. Jetzt sage ich aber, naja, Blei hat doch 327 Grad Schmelzpunkt, und Zinn hat 232 Grad. Also löte ich natürlich Blei frei, weil da habe ich einen kleineren Schmelzpunkt. Ja, da haben die Physiker was total Cooles rausgefunden. Und zwar haben die rausgefunden, wenn man zwei Stoffe mischt, dann ändert sich zum Beispiel der Schmelzpunkt. Ganz klassisches Beispiel, das kennt ihr alle, im Winter friert ja bekanntlich Wasser, weil unter 0 Grad Wasser gefriert. Jetzt haben sie rausgefunden, wenn ich Salz zum Wasser dazu mische, dann sinkt der Gefrierpunkt. Ich habe also bei Wasser einen Gefrierpunkt von 0 Grad, und bei einer Mischung aus Wasser und Salz, also Salzwasser, gefriert das erst bei minus irgendwas Grad. Das heißt, die Straßen vereisen nicht. Und das haben sie auch rausgefunden, wenn man zum Beispiel Blei und Zinn miteinander vermischt, dass da der Schmelzpunkt nach unten geht. Wir sind also nicht bei den 327 Grad vom Blei, auch nicht bei den 232 Grad vom Zinn, sondern wir kommen da nochmal deutlich, deutlich runter. Und wie weit wir da runterkommen, das haben sie quasi einfach getestet und haben rausgefunden, wenn man ein Mischungsverhältnis hat von circa 40, 60 Gewichtsanteile, dann hat man eigentlich einen sehr guten Schmelzpunkt. Ja, und mit dem Gemisch liegen wir dann so ungefähr bei 180, 190 Grad. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich nehme 40% Blei, 60% Gewichtsanteile Zinn, mische das jetzt einfach mal zusammen, schneide das runter, mische zusammen, und dann schauen wir mal, wann das Ganze dann schmilzt. So, jetzt habe ich das ungefähr so zusammengemischt. 100% perfekt kriege ich das nicht gemischt. Ich schmelze jetzt erst mal das Zinn auf. Das haben wir ja gesagt, schmilzt bei 232. Dann packen wir nochmal ein bisschen Blei dazu. Das schmilzt ja bei 300 irgendwas erst mal. Und dann vermischen wir das mal miteinander. Rühren, 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 rühren. Und jetzt kann man hier erkennen, ich habe es jetzt einfach mal so vogelwild zusammengemischt. Aber hier bei 174 Grad plus minus Toleranzen und so bleibt die Temperatur stehen. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo das Gemisch erst mal anfängt auszuhärten. Jetzt merkt man auch mit dem Bleistift, das wird jetzt hart. Und erst wenn die gesamte Masse ausgehärtet ist, dann fängt die Temperatur an, wieder nach unten zu gehen. Nun schauen wir uns das Ganze einfach mal an und zeichnen alles auf, was wir jetzt gerade so uns überlegt haben. Das Ganze zeichnen wir in ein sogenanntes Zustandstheagramm. Und das ist ein ziemlich cooles Teil, mit dem man echt richtig tolle Sachen zeigen und auch darstellen kann. Auf der Y-Achse, auf beiden Seiten, ist die Temperatur aufgetragen bei uns. Und wie das jetzt funktioniert, schauen wir uns einfach mal ganz primitiv an. Ich trage jetzt hier einfach mal 100 Grad auf, 100 Grad Celsius, 200, 300, 400 Grad Celsius, 200, 300, 400. Und auf dieser Seite tragen wir jetzt einfach mal Blei auf. Unser Blei. Das haben wir ja vorher getestet, das schmilzt bei ungefähr 327 Grad, haben wir gesagt. Das heißt, bei 327 Grad, wenn wir da drüber sind, ist Blei flüssig, wenn wir da drunter sind, ist unser Blei fest. Das Ganze schauen wir uns jetzt auch mal nicht nur für unser Blei auf dieser Seite an, sondern auch für unser Zinn. Und das tragen wir jetzt einfach auf der anderen Seite auf. Wir haben also wieder hier unsere 100 Grad, 200 Grad, 300 Grad, 400 Grad, wie auf der linken Seite. Und unser Zinn hat ja bei 232 Grad ungefähr geschmolzen. Also sind wir, sagen wir mal, ungefähr in dem Bereich hier. 232 Grad Celsius. Wenn wir über diese Temperatur kommen, ist 100%iges Zinn flüssig. Wenn wir unterhalb von dieser Temperatur sind, ist 100%iges Zinn fest. Nun habe ich euch ja gesagt, wenn man jetzt diese zwei Stoffe miteinander mischt, wir haben es ja auch gesehen, gibt es einen Punkt, wo das Ganze am niedrigsten schmilzt. Diesen Punkt nennt man euthektischen Punkt. Und da tragen wir jetzt einfach mal hier unten auf. 50, schauen, dass ich es genau hinkriege. 40, 30, 20, 10, 60, 70, 80, 90, 100%. Wir haben hier an dieser Stelle reines Blei, also 0% Zinn. An der Stelle haben wir 10% Zinn beigemischt. An der Stelle mischen wir 20% Zinn bei. An der Stelle 30%. Und ganz rechts haben wir 100% Zinn. Jetzt habe ich gesagt, bei 60, 40 Mischungsverhältnissen, also 60% Zinn und 40% Gewichtsanteile Blei haben uns die Physiker herausgefunden, haben wir einen niedrigsten Schmelzpunkt von ungefähr, ja, sind wir mal nicht so ganz genau, sagen wir mal 180 Grad in etwa. Und nun verbinden wir das Ganze einfach mit einer Linie. Wir haben hier quasi unsere Schmelztemperatur vom Blei, das verbinden wir hier runter auf den Punkt und das verbinden wir wieder hoch auf unseren Punkt, wo unser Zinn schmilzt. Jetzt kann man ganz gut erkennen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Mischungsverhältnis von 10% Zinn habe und 90% Blei, dann muss ich das Ganze auf ungefähr 300 Grad erwärmen, damit es schmilzt. Bei 30% Zinn und 70% Blei bin ich halt dann irgendwo bei 250 Grad. Das ist jetzt nicht genau gerade, wir machen das nicht exakt, also bitte nagelt mich nicht drauf fest. Das Ganze geht dann runter bei 60% Zinn, 40% Blei sind wir dann ungefähr bei 180 Grad und wenn wir weiter mischen, also wenn wir jetzt zum Beispiel 70% Zinn nehmen oder 80% Zinn und 20% Blei, da wären wir schon wieder bei ungefähr 200 Grad plus minus. Sieht man also ganz gut, bei einem gewissen perfekten Mischungspunkt kann man eine ganz, ganz niedrige Schmelztemperatur erreichen und das ist genau das, was die mit dem Lötzin gemacht haben. Die haben einfach geschaut, wie muss ich das zusammenmischen, also Blei und Zinn, damit ich eine niedrige Schmelztemperatur kriege, damit meine Lötkolben nicht wie heutzutage mit dem bleifreien Lötzin 70, 80 Watt brauchen. Früher ist das auch mit einem 30, 40 Watt Lötkolben gegangen, weil man eben gar nicht diese hohen Temperaturen benötigt hat. Jetzt hat der EHO gesagt, bleifrei löten ist total toll, bitte lötet alle bleifrei. Ich habe eine Riesendiskussion losgetreten, es ist ein EU-Gesetz, ob es Sinn macht oder nicht, da muss man nicht drüber diskutieren, Leute. Es ist einfach so. Es gibt Ausnahmen, aber im Privaten könnt ihr löten, wie ihr wollt, aber irgendwann wird es ja kein bleihaltiges Lötzin mehr geben und dann müsst ihr euch halt damit beschäftigen, wie das mit bleifrei funktioniert und macht es halt lieber früher, wie dann, wenn es zu spät ist. Also diskutiert es halt nicht einfach rum. Was jetzt aber wichtig ist, wenn jetzt zum Beispiel ihr hier unten lötet, in dem Bereich, dann seid ihr da im idealen eutektischen Punkt. Jetzt sagt es vielleicht, naja, der Hajo hat ja gesagt, nehmt kein verbleites Lötzin her. Gut, dann nehme ich halt reines Zinn her 100 Prozent und dann mische ich, ich habe noch so ein bisschen altes Lötzin, dann mische ich halt so ein bisschen Blei dazu, weil dann bin ich schon mal ein Tick drunter, dann löte ich schon mal besser. Ich bin ein Fuchs, ne? Dann bin ich vielleicht hier unten, mische ich 10 Prozent Blei dazu, weil das macht gar nichts aus. Oder, was auch ganz oft verwendet wird, auch ein großer Fehler, ihr nehmt eine bleifreie Lötspitze und mischt die mit Bleizin. Also ich dürfe da auch nie vertauschen, also oft gibt es da Leute, die löten bleihaltig und bleifrei mit der gleichen Lötspitze. Ganz, ganz, ganz großer Fehler. Und warum das, schauen wir uns jetzt in dem Zustandsdiagramm an. Denn da passiert mehr als nur das hier. Und zwar können wir hier, also auf der linken Seite gibt es nochmal irgendwie so eine Kurve hier runter. Die ignorieren wir jetzt völlig. Also die schauen wir uns nicht an. Aber hier gibt es quasi so eine Linie und diese Linie nennt sich Soliduslinie. Wir haben hier hinten, jetzt zeichnen wir uns mal, die ganzen wichtigen Punkte hier auch aufgezeichnet haben. Hier haben wir den Punkt mit E-Market, der eutektische Punkt. Da haben wir quasi die niedrigste Schmelztemperatur. Die Soliduslinie wäre die Linie beim Lötsinn jetzt ungefähr bei 180 Grad. Das wäre die Linie, wo irgendwas total Interessantes passiert. Und was da jetzt Interessantes passiert, müssen wir uns jetzt einfach mal anschauen. Weil jetzt habt ihr das Zustandsdiagramm, ihr wisst ja noch gar nicht, was da wirklich überhaupt drin vorgeht. Wir haben nur gesagt, hier oben ist Blei flüssig, hier oben ist Zinn flüssig. Das heißt, oberhalb von dieser Linie hier, wenn wir oberhalb dieser Linie bleiben, egal wo, sind wir immer flüssig. Und nun sieht es so aus, dass wir unterhalb dieser Linie erst mal fest werden. Und zwar nicht so ganz so 100% fest. Das heißt, wir sind jetzt nicht hier bei der Temperatur da oben komplett flüssig und bei der Temperatur da unten komplett fest. Nein, das ist so ein langsamer Prozess, wenn wir jetzt hier quasi irgendwo uns eine Linie einzeichnen. Und wir kühlen jetzt hier langsam ab. Dann sind wir hier oben noch flüssig, 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 flüssig. Und hier beginnt es fest zu werden, aber das geht nicht total schnell, sondern es ist ein Prozess. Das ist so, wenn man sich zum Beispiel ein Honigglas anschaut. Da oben habe ich total flüssigen Honig und irgendwann fängt der Honig an, sich auszukristallisieren und bildet eben diese Kristalle, diese Honigkristalle, bis er irgendwann dann komplett fest ist und man nicht mehr auf dem Brot gestrichen kriegt. Das ist hier auch so. Geht halt nur ein Tick schneller. Wir sind hier komplett im Flüssigen. Wir kühlen hier also ab und kommen hier in einen Bereich hinein, wo wir schon mal anfangen, so ein paar Bleikristalle sich auszukristallisieren. Und sobald wir unterhalb dieser Solidus-Linie sind, ist alles komplett fest. Also ab dem Moment, wo wir hier unten sind, macht es plopp und alles ist fest. Jetzt haben wir aber ein Problem und das ist das Wichtige, das müsst ihr aufpassen. Es kristallisieren sich hier nicht Mischkristalle aus, also dieses Bleizinn-Mischkristallzeug, sondern es bilden sich Bleikristalle. Ihr habt also beide Metalle in Kristallform in eurem Lötzinn drin. Was passiert jetzt? Überlegt es mal. Ihr schickt da ja Strom drüber normalerweise. Das ist ja eine Lötstelle. Also die lötet ihr ja nicht, weil es eine Dachrinne ist, sondern die lötet ihr ja, weil es eine elektronische Platine ist. Und jetzt habt ihr hier verschiedene Mischkristalle drin und jetzt kann es da zu ganz blöden physikalischen Prozessen kommen. Ihr habt Spannungsunterschiede, ihr habt da ganz blöde Potenziale drin und dann kann es passieren, dass das Lötzinn einfach kaputt geht oder irgendwelche elektrischen Eigenschaften hat, die ihr nicht haben wollt. Und damit ihr das eben nicht habt, dieses Problem, ihr seht ja, das fällt hier drin aus, also in dieser Stelle hier drin und auch hier hinten, hier fallen euch diese Mischkristalle aus. Wo passiert euch das nicht? Jeder hat es erkannt, jeder weiß es, an der Stelle mit dem E. Wenn ihr also hier abkühlt, seid ihr flüssig, 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 flüssig und in dem Moment, wo ihr unter dem 180 Grad kommt, macht es plopp und alles ist fest. Es ist sofort fest, ihr habt dieses Gemisch aus Blei und Zinn als fester Form vorliegen, ihr habt keine Kristalle von Blei oder Zinn hier drin liegen und das wäre quasi der ideale Punkt und wenn ihr jetzt sagt, naja, der E. H. sagt Bleifreilöten, nehme ich 90% Bleifrei und 10% nehme ich halt, weil ich es halt gerade nur rumliegen habe, 10% nehme ich Blei und kommt ihr hier genau in den Punkt rein, ihr seid flüssig, 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 euch fallen hier Zinn-Mischkristalle aus und ihr habt irgendwelche elektrischen Eigenschaften, irgendwelche negativen Eigenschaften in der Lötstelle, die ihr ganz bestimmt nicht haben wollt, sei es Langzeitfestigkeit, die euch verloren geht oder irgendwelche anderen Dinge, wenn mal die Temperatur zu klein wird, habt ihr vielleicht Zinnpest in der Lötstelle und so weiter, das wollt ihr nicht haben, also entweder lötet es komplett bleihaltig mit 60-40, wenn es unbedingt das wollt, oder ihr lötet es bleifrei, dann seid es immer hier oben und da fällt auch nichts aus, da habt ihr auch keine Probleme mit dem kompletten Lötstelle, das ist so legiert, da passiert euch da definitiv nichts, wenn ihr beides lötet, nehmt es bitte zwei verschiedene Spitzen her, denn wenn ihr jetzt sagt, naja, jetzt löte ein bisschen Blei, ich habe so einen alten Fernseher, den muss ich reparieren, der ist verbleit gelötet, nehmt ein bisschen Blei, löte es ihn her, ach und dann löte er als nächstes gleich wieder mit Blei frei weiter, dann habt ihr 1-2% Blei hier drin und dann seid ihr oben voll in dem Bereich drin, und dann fallen euch wieder Mischkristalle aus und das wollt ihr nicht haben. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was erklären können, wenn ihr so mehr Fragen habt, dass es ein bisschen weiter in die Theorie reingeht, so Zustandsdiagramme oder sowas, ich bin nur grob drüber rauf, drüber, drüber gegangen, das tut es bitte nicht, mich da jetzt drauf festnageln, dass ich da irgendwas nicht perfekt erklärt habe, ich habe es grob erklärt, ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr sonst noch was sehen wollt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Vielen Dank fürs Reinschauen, Leute, vielen Dank für die vielen Abos, die ihr immer da lasst und bis zum nächsten Video. Ciao!